So, das neue Update ist da und es gibt einen neuen Gegenstand, die Zapperfalle. Und dann gibt es jetzt wieder bei Fatal Fields, diese schwärende Insel. Ich habe auf jeden Fall direkt in der ersten Runde fast 20 Kills gemacht. Aber warum es dann doch nicht geklappt hat, das seht ihr am Ende. Dann hier noch der neue Shop, vergesst auf jeden Fall nicht rechts unten meinen Creator Code einzugeben, ArenaFN. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Ey, da landen so viele Save. Ich habe zwei Leute. Ich habe gar keine Waffen. Der hat ihn mir abgestaucht. Ja, was geht hier gerade ab, Junge? Ich habe keine Waffen. Ich habe auch nur zwei Waffen. Also, was geht hier gerade ab? Erste Pumpmonie? Ja. Hier. Ja, komm. Schnell, Pumpmonie. Danke. Von oben wird noch einer kommen gleich. Ey, hinter uns. Ey, hier im Haus ist einer. Ey, man, ich bin down. Wie viele sind ihr denn? Der Höhle, wo wir waren. Da sind da ist einer. Boah. Ich habe mich auch dringend Pumpmonie. Ah, nice. Ja, hier sind zwei Leute. Ja, die sind unten, glaube ich. Haha. Ja, meine Karte kriegst du nicht mehr. Hä, wo sind die denn? Die sind oben. Die sind da irgendwie. Die sind, nein, die sind oben. Nein, geh wieder zurück. Da sind die. Die sind nicht woanders. Die sind, guck mal, da oben ist so ein Steg. Da hast du Holz. Da kann man drauf gehen. Oben. Siehst du, siehst du das? Alter, einfach neun Kills early gemacht. Auch unbedingt, Muni. Komm, bitte Pumpmonie. Ey, man. Oh. Was ist das da hinten? Das ist die neue Falle. Ah, der hat die Zapperfalle. Ja, die Zapperfalle. Irgendwie. Wirft man die dann einfach, oder? Keine Ahnung. Oh, fuck. So eine Roboter. So eine Roboter. Geht der jetzt weg? Hä? Oh mein Gott, was hat der zu heilen? Boah. Sniper. Ey, der hat das schon kaputt gemacht. Egal, ich benutze noch das. Hier geht's. Hier geht's. Nein, ich habe beide geholt, sie sind durch den Schwung gestorben. Da ist ein Roboter. Warte, aber die sind ausgestiegen. Ja. Ey, was ist eigentlich, du hast vier von den Fallen. Oh, die muss ich noch benutzen. Ich habe gehört, die macht alle zwei Sekunden 50 Schaden. Okay. Da komme ich benutze einfach das Schampe. Ach, das ist der von vorhin. Nee. Hä? Hä? Hä, die explodieren? Ach so, nee, Roboter. Ja, nein. Was? Das ist ein scheiß Spiel. Ey, ich habe keinen Bock mehr. Nee. Ey. Dieser scheiß Roboter. Also, ich spiele jetzt erstmal keinen Fortnite mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, create der Code ARINEFAN. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.